Ich bin jetzt hier ein bisschen inoffiziell, kann man das sagen. Wer schon letztes Jahr hier auf Schalke beim Großes Weihnachtssingen mit dabei war, weiß, dass ich ein bisschen inoffiziell schon vorab irgendwie auf der Bühne sprang und ein bisschen, naja, die Lust hatte, euch persönlich zu begrüßen, die Kinder persönlich zu begrüßen, euch ein bisschen, naja, die Gemüter vorzubereiten, denn heute werden wir ein weiterer, wunderbarer Mitsing-Abend haben. Letztes Jahr waren wir hier zum ersten Mal mit einer etwa anderer Kampo. Heute soll es noch besser werden, hat man mir gesagt. Warum? Weil ihr alle heute Abend hier seid. Dankeschön, schön mal dafür. Wir alle Kinder sind schon oft hier auf Schalke gewesen und mit Sicherheit viele von euch schon hier gewesen und wer hier irgendwie war, weiß, auf Schalke geht alles. Ist das so? Liebe Kinder, es ist wunderschön, dass ihr hier seid. Wir werden mit Sicherheit viele, viele tolle, wunderschöne Weihnachtslieder gemeinsam singen. Und dann, auch mit euch, da hinten steht schon der Chor, der für uns hier als Unterstützung dient. Bitte euer Applaus! Ein gemischter Chor aus von 6-Jährigen bis, glaube ich, 70-Jährigen Menschen, die Lust auf Weihnachten haben. Wir stehen hier schon auf der Bühne mit Jemmy Kuhl. Euer Applaus für die geile Band. Heute Abend werden wir natürlich noch einer großartigen Mann, Sänger, Musiker hier auf dieser Bühne begrüßen. Hartmut Engler! Eine Gelsenkirchenerin wird auch heute Abend hier auf dieser Bühne mit uns stehen. Ein Star am deutsches Himmel, ein Musikstar am deutsches Himmel, Larry, euer Applaus! Jawohl! Ich bin die Lucy, ich werde natürlich auch ein bisschen, nicht für euch, sondern mit euch singen. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt schon mal einen kleinen Test machen. Ich habe hier, glaube ich, die kleinste Weihnachtsorgel in der Hand. Die halte ich. Und normalerweise spielt sie. Das ist eine kleine Musikbox. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn wir gemeinsam versuchen zu hören, was aus dieser Musikbox rauskommt. Und es vielleicht mal leicht ansingen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns ein bisschen, wenn wir uns ein bisschen, Nochmal We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Ihr seid wunderbar, ich freue mich auf diesen grandiosen Abend Wir werden gleich die wunderbare Moderatorin Kim begrüßen Und dann wird endlich das große Weihnachtszingen auf Schalke Beginnen, viel Spaß